Wie ist die Zukunft der Klimakrise? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Vieles ändert sich, gerade dramatisch schnell, auf unserem Planeten. Viele Menschen machen sich Sorgen, schauen pessimistisch in die Zukunft. Stichwort Klimakrise. Klar ist, wir müssen handeln, aber anders als bisher. Das immer Gleiche bringt uns nicht mehr weiter, im Gegenteil. Die Initiative Bewusst Gemeinsam Leben macht vor, wie es geht. Sie bündelt die vielen guten Ressourcen, die wir in Österreich haben. Heute werden alle zusammengebracht, Akteurinnen und Akteure, Pioniere, Wegbereiter, Möglichmacher und Zukunftsoptimisten. Alle sind eingeladen, lebenswerte Gemeinden der Zukunft zu gestalten. Mit frischem Wind und neuen Ideen, mit Optimismus, Mut und Zuversicht. Damit Österreich seine kraftvollsten Seiten zeigen kann. Gut so! In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einzigartige, schöne und vor allem verbindende Erlebnisse. Gäste. 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 Vielen Dank.